im Moment war es bei Lesen Lesen ist schön Lesen macht Spaß lesen Text gekürzt es wurde ein Posthypnose der vorangegangenen Nacht Fingerzeiten schläfst durchgeführt mit Texten das ist immer das Geräusch wenn ihr mit Dokumenten schließlich guck mal auf der Batterie auf anderen Seite ja Pola Dosen um es hat nicht nur ein wie kann das denn sein was für ein Linger nicht das von Lennon ich weiß gar nicht mehr sagen das ist richtig die muss der rechte nicht warum es in 80 Reden Prozent für Gas pumpen in der ganzen Nürnberg in Graf was wir haben zu sehen jetzt macht es sich sie müssen erst mal ein bisschen mehr und ich kann nicht mal wir sind die Kommentare in der Art Jungs dann kommen wir immer solche jahre mit dem spiel ohne angst um dich gespielt bei seiner seine gaspumpe ist doch ein bisschen laut den scheiß hat man ihn nur klatschen hier haben wir auch noch versteck dich jetzt nicht hinter dem Ding, hinter dem Ofen wo denn? hinter hier hier ist doch gut Lennart scheiße scheiße komm, warte, Lennart, ich will nicht da kommt ja noch nix jetzt warte doch mal doch da was los Lennart bleib da, bleib wo du bist Lennart scheiße was bist du denn? scheiße er geht wieder, oder? ja nein ich fall fast vom Stuhl das ist weg ok das ist weg wir sind nur noch zwei Ladungen eine, eine Batterie noch ja, noch zwei Ladungen ich spritze gleich eine Ladung ins Gesicht hier scheiße doch, recht vor der wo? ne, hinter, oder? ne, da war er links oder rechts, was denn jetzt? weißt du wo lang? weißt du wo lang? wo kam er denn? der hat das Wasser beschrieben, ne? wenn ich hier durchcrouch da oben wenn du ihn sehen solltest, bleib einfach stehen ja, meinst du denn? da war der, ne? da war der, ne? hast du ihn gesehen? ja ich kann ihn nur zuschleiden ich kann ihn nur zuschleiden ich kann ihn nur zuschleiden und jetzt rennen erstmal und jetzt rennen erstmal mach den Generator auf und versteck den wo kann ich mich verstecken? im Schrank erstmal den Generator und mach nicht nur aus der Kamera ok und jetzt in den link ganz links wer ist in dem Schrank? wofür steck ich mich denn aus dem Schrank? der macht irgendeinen Schrank auf, ne? nicht, dass der dich findet gleich macht der ehrlich einen Schrank auf? ja sicher nein ich glaub schon der hat er doch gerade auch gemacht der macht überhaupt keine Schränke auf hat der Typ vorhin noch auch gemacht? ne, zeig ruhig, wer kommt da wieder? hört doch aus die Kamera ich guck doch auch scheiße, nein, nein, ich kann nicht ich will aber nicht ich möchte nicht sterben, wenn ich das nicht sehen kann da ist, da ist was, da bewegt sich was der macht auf, der macht auf, der kommt auf der kommt, der kommt zu dir nein, 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 bitte nicht ich kann nicht mehr nennen je nach Plätzetausch der ist weg, oder ne, der ist noch nicht weg da fahre kann man escape? Plätzetausch so, da sind wir wieder Platzwechsel gelungen haben wir ein bisschen abgeriehen was ist denn, dass hier sitzt im Schrank, Lennart ich sehe auch, ja noch kann ich jetzt raus? was ist doch mal, der war noch da ne, noch nicht, okay der wird so gegangen, oder? ja, ja jetzt sind die Gaskumann, jetzt muss zum Generator da ist er wer kommt? ich geh wieder in den Schrank und dann geh doch nicht in den Schrank ich geh doch jetzt wieder in den Schrank ich geh doch jetzt wieder in den Schrank ich geh doch jetzt wieder in den Schrank ja, jetzt komm mal aus dem Schrank raus, Mann so, ich geh doch nicht der ist auch unten, der läuft nicht rum, ich geh doch nicht da durch du musst zum Generator du musst zum Generator du musst da durch, oder was? du musst den jetzt ausweichen und dann da hin und wenn du den Knopf drückst, dann musst du wohl rennen dann ernst ne, so, geh 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 beim geh 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 was zur Haare hast du da apple альная nichts n nothing wir sind Yetim was der Nego Wuxse die SLINDER während wir sind raus wenn er weg der Holmung der Kugel muss sein wenn er das Leben wird ich kann das nicht mehr ich weiß, geh da raus, wie ein Mann, komm! ich muss die Batterie wechseln soll ich? ok ja, wir sind noch reingegangen du bist noch reingegangen? da ist er, duck dich! mach keinen Mucksehle ok, jetzt drück der macht immer wieder aus, die Gaspumpen nein wir müssen auch noch schnell sein shit ey, und ich hab kaum Batterien kacke das gibt's nicht da einfach da war kacke, das gibt's doch nicht gibt's nicht später einfach, oder was? da ist er ne? shit man ich kann da, da ist er das ist nicht genau ich muss direkt rein die Gaspumpen machen und dann direkt raus bevor wir kommen, wir müssen batterien-schieten wir müssen hier schnell keine haben, da haben wir keine wir werden das so schön so locker hier sind doch anders wir sitzen da an, da guck doch Warte! Ach das Rad! Nein! Du sollst den Schrank drehen? Scheiße, jetzt kommt der! Schnelldreh! Ne, das ist nicht das Rad. Das ist das Rad? Irgendein Rad müssen wir drehen. Die Gaspumpe ist meistens auch immer ein Rad oder nicht? Der hat doch eine Ventilpumpe. Jetzt haben wir irgendwie eins vergessen oder was? Manchmal haben wir keine Batterie. Geh doch mal zu einer anderen Pumpe. Da geht er wieder rein. Ist da die Pumpe? Die andere? Pumprum! Pumprum! Die ist auch an. Der muss jetzt mal Ventil suchen. Scheiße, ich hab die Pumpe. Scheiße, ich hab die Pumpe. Da hinten am Bett versteckt man. Na, aber hier kommt er nicht rein. Wir haben gleich eine Batterie mehr, ich seh doch nix. Ja, ne, da mal runter und lass. Mach mal den hier. Hey, ich versteh gar nicht, ob wir das machen sollen. Dann geh mal da wo der immer reingeht. Wenn der da rausgeht, ist der raus? Ja, komm da! Ganz ruhig, nicht nur weg. Nörf nicht zu weit. Na, jetzt musst du hin, jetzt musst du hin. Wie jetzt muss ich hin? Ja, du musst da wo er immer rauskommt. Wo er immer rausgeht? Jetzt rein, komm! Ne, warte doch mal, der kommt da jetzt. Jetzt geht er ran, dann. Der macht ja mal Patrouille. Der geht ja immer nur in den anderen Raum, jetzt geht er da rein. Bevor er wieder kommt. Jetzt geht er schnell rein. Schnell! Da. Wieder rein. Und dann machst du zu, da leiden die Batterien, glaube ich. Noch lauter geht's auch nicht. Scheiße. Da, Batterien. Zwei. Gibt's hier nen Schrank? Da sind zwei Schranken. Na. Der kommt, der kommt in den Schrank. War der da? Ja. Hast du ihn gesehen? Ich glaub schon. Ich weiß es doch auch nicht, Lennart. Ey, die verlangen aber einen hier. Scheiße. Da ist er. Der findet seinen Schrank, Lennart. Bist du sicher? Ja, ich weiß es doch nicht. Da ist er. Ich warte jetzt. Ich muss jetzt erstmal hier mich fassen. Der kommt doch gleich wieder, Lennart. Du musst ja selbst kaufen. Ist er denn raus? Ja. Ja. Hier ist er umflachs. Hier musst du aber rein. Hier ist schon, ne? Oder waren hier nur Batterien? Wer kommt? Ich kann nicht rein. Du kommst nicht in den Schrank. Ist er drin? Ja. Hat jetzt die andere Tür auch noch kaputt gemacht? Hat die andere Tür auch noch kaputt gemacht? Der macht irgendwas kaputt? Die Bumpt müssen. Kannst du nicht mehr? Guck mal und drück mal N. N? Nur Zitruch oder so. Ne. Oder Tabulator? Ne. Nur Tizen. Was das hat man? Ja. Ich geh dir auch schon einfach nicht. Scheiße. Ich pack mir da die Eier. Ich fasz hab gar nicht. Nein! 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 Ich bin auf das Geld gekommen. Ich bin auf das Geld gekommen. Nennart wo ist? Ah! Geh in den Schrank! Geh in den Schrank! Nein! Ich kann nicht in die Klemme! Rennen doch! Rennen doch! Rennen doch! Meine ganzen Harry-Wurst stehen auf. Jetzt rennen weg. Ich kann nicht mehr. Nennart rennen einfach. Schick dich! Schick dich! Schick dich! Schick dich! Schick dich! Ich hab keine mehr. Hierto? Da ist er. Oder? Nee. Bin ich hier doch da? Oder? Nein. Das sind nur zwei Beine. Fuck das nicht, ich fass das nicht. Mann ey. Geh doch hoch. Geh doch mal zu dem Generator und ließ was er will. Wir haben noch die beiden Pumpe gemacht. Jetzt geh mal da hin. Was steht da genau? Weil sind wir zu blind. Und beträgt die den Hauptschall. Wo ist er denn? Da guck mal. Wer ist auf 1, ist auf 1, ist auf 2 und Mainbreaker. Dann müssen wir Mainbreaker. Und da komm da. Duft dich. Scheiße sieht uns. Wir stehen mitten im Licht. Nee, du siehst du nicht. Ich war hinter dem Ding. Aber der müsste doch dann eigentlich da drin sein. Aber der müsste doch dann eigentlich da drin sein. Der muss doch hier sein dann. Der Eiser, oder? Hier geh ich schnell rein. Dann lass die Tür auf. Nicht zuknallen. Da ist nix. Die Batterie und der letzte. Mann, irgendwas muss doch hier sein. Mann ey, da gibt's mir schon noch einen Raum. Und da bist du mal hin. Jetzt kommt der doch wieder. Sollen wir uns erstmal stecken? Ja, dann geh erstmal in der Schrank. Ich kann nicht rein. Wir warten jetzt erstmal, bis er wieder hier drin ist. Ja. Warten ist gut. Boah, ich krieg ja einer eine Pfanne. Ne, ne, ne. Wie ist er? Ich will dich alleine sein. Wir versagen, ey. Sie versagen locker. Wir sind so schlecht. Scheiße ey. Also ich glaube ich kann er nicht mehr. Ich weiß das nicht. Kannst du nicht, oder? Ja sicher. Wir ziehen ja durch. Ich schwitze einfach nur. Ich schwitze wie so'n Monkey. Wie so'n Dunkey Monkey. Wir zocken in eine Stunde und haben noch nix erreicht. Warum kommt der denn nicht mehr? Ich hab jetzt so Angst rauszugehen, weil der gerade einfach kam, als ich rausgehen wollte. Ich höre den aber nicht mehr. Ist er echt? Soll ich rausgehen? Geh mal raus, komm. Ich seh einfach gar nix mehr. Wo bin ich denn? Ich muss die Batterie laufen lassen. Geh einfach raus, komm. Batterie ist leer. Okay. Jetzt musst du raus, sonst sind die Batterien gleich weg. Das ist die letzte. Ohne Batterien haben wir gar keine Chance. Jetzt guck, strafe erst. Strafe erst da rein, in den Gang rein zu gucken. Wenn du da... Vielleicht sind wir hier in Schatten. Oh ne, das war das nicht von vorne. Ich hab so Angst, sei jetzt so... Jetzt guck da um! Ich war jetzt gleich, jetzt ich wieder in den Kanal auch nicht. Ja, iso! Warte, wir warten erst ein bisschen. Ja, aber wir können doch nicht... Ja gut, wir haben ja jetzt... Ja gut, wir haben ja jetzt... Sehen wir den nicht von hier aus? Ja, aber der kommt nicht mehr. Warum kommt der denn nicht mehr? Wo ist denn der Main Breaker? Bestimmt im... Neunioge. Der kommt nicht mehr, wenn es das Uhr gibt. Der kommt da jetzt gleich. Der macht doch wieder... Der macht doch nur Patrouille. Ist auch nix, ne?